Das ist andersrum gemacht, macht aber nichts. Können Sie mir Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse sagen? Ja, 17. August 19, 158 und ich wohne in Wermelskirchen-Neuen-Pibli. So, also wir lassen jetzt erstmal Prof. Dr. Rademacher seinen Job machen. Er wird jetzt beide untersuchen und er wird jetzt natürlich einmal die Vitalwerte der beiden prüfen. Wie sieht es mit den Herzwerten aus? Lunge, Puls? Und das passiert jetzt alles da drin, da wollen wir natürlich nicht stören. Und ich gebe jetzt an dieser Stelle ab, das war unser Live-Experiment. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hier geht es an dieser Stelle weiter mit den Kollegen, mit meiner Kollegin Jana Azizi in Köln. Dankeschön. Danke, liebe Nazan und viele Grüße hier aus Köln erstmal. Wir haben hier echt alle mitgefiebert und sind froh, dass alles gut gegangen ist. Kommt fit und gesund munter wieder zurück. Also, liebe Zuschauer, wir bleiben auch beim Thema. Es bleibt unheimlich spannend, denn was die meisten nicht...